Drohnen fliegen lassen in Dubai für private und kommerzielle Zwecke? Wie das genau funktioniert, welche Schritte notwendig sind, wie viel das Ganze kostet und der aktuelle Stand des Flugverbots in Dubai, all das gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Come to Dubai. Hier erfährst du alles Wissenswerte rund um Dubai, vor allem für Experts und alle, die es noch werden wollen. Dieses Video richtet sich an alle, die hobbymäßig oder professionell gerne in Dubai Drohnen fliegen lassen würden. Oder vielleicht bist du Resident in Dubai und möchtest gerne mit einer Drohne verreisen, um im Urlaub Aufnahmen zu machen. Ich erkläre dir in diesem Video, was du beachten musst, welche Regularien dafür bestehen und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Zunächst einmal ist wichtig zu wissen, unabhängig von der Anmeldung deiner Drohne, den nötigen Zertifikaten, die du dazu brauchst und mehr, musst du wissen, dass nach wie vor ein Drohnenflugverbot in den Emiraten besteht. Die gute Nachricht, ich habe hier aus erster Hand Informationen, dass sich dies schon bald ändern könnte. Mehr dazu später im Video. Wenn du eine Drohne in Dubai legal verwenden willst, musst du diese bei der zuständigen Behörde registrieren. Dies gilt auch schon dann, wenn du mit einer Drohne nach Dubai einreisen möchtest. Wenn du am Flughafen bei der Einreise mit einer Drohne erwischt wirst, die nicht registriert und nicht lizenziert ist, musst du mindestens damit rechnen, dass die Drohne eingezogen wird. Du kannst aber auch je nach Umständen weitere Probleme bekommen. Solltest du als Tourist in Dubai umsteigen wollen, solltest du daher auf jeden Fall die Drohne im Aufgabegepäck lassen. Wenn du dir eine Drohne zugelegt hast, dann brauchst du für das Führen und Benutzen der Drohne eine Lizenz. In der Lizenz wird deine Drohne behördlich registriert mit Seriennummern und Fotos und du wirst ausgewiesen, dass du diese Drohne grundsätzlich besitzen und verwenden darfst. Voraussetzung für die Ausstellung dieser Lizenz ist allerdings, dass du über einen Drohnenführerschein verfügst. Das heißt, dass du ein Training rund um das Thema Drohnen absolviert hast. Die zivile Luftfahrtbehörde von Dubai arbeitet hier mit verschiedenen Partnern zusammen, die dieses Training anbieten. Ich habe mich für die Firma Exponent entschieden, schlicht weil sie nach meiner Recherche das günstigste Angebot haben. Wenn ihr euer Training auch dort machen wollt, dann findet ihr den Link zur Anmeldung in der Videobeschreibung. Auf der Internetseite von Exponent habt ihr eine Übersicht über die verschiedenen Trainings. Wenn ihr, so wie ich, eure Drohnen nur hobbymäßig verwenden wollt und nicht kommerziell, also kommerziell heißt zum Beispiel für Eventaufnahmen gegen Bezahlung und ähnliches, dann müsst ihr die Hobbyist-Level-RPAS-Certification absolvieren. Für Drohnen ist es das Multi-Rotor-Training. Das kostet hier bei diesem Anbieter 550 Dirham, also umgerechnet ca. 135 Euro. Fixed Wing bezieht sich auf steuerbare Flugzeuge mit Flügeln, was auch wesentlich teurer ist. Ihr könnt dort auch das kommerzielle Training absolvieren, wie ihr seht. Das ist wesentlich teurer und bedarf auch noch zusätzliche Genehmigungen. Ihr müsst einfach das Formular ausfüllen, dann wird sich der Instructor bei euch per WhatsApp melden und mit euch das Teilnahmedatum ausmachen. Das ganze Training wird an einem Tag absolviert und dauert zwischen zwei und drei Stunden. Das Training ist hauptsächlich theoretischer Natur. Ihr bekommt einen Crashkurs in Sachen Flugphysik. Wie funktioniert Auftrieb? Wie kann eine Drohne überhaupt fliegen? Und wie ist sie aufgebaut? Und wie heißen die verschiedenen Komponenten? Daneben werden euch die wichtigsten Punkte zu den Gesetzen und Richtlinien über Drohnen in den VAE erklärt. Anschließend müsst ihr einen Test absolvieren, der, ich würde mal sagen, auf jeden Fall machbar ist. Man sollte sich aber trotzdem ein paar Notizen machen bzw. gut aufpassen. Es sind schon einige Detailfragen dabei, wie zum Beispiel, dass man die Batterieladung ausrechnen muss. Am Ende habt ihr dann noch die Möglichkeit, eine Drohne am Simulator zu fliegen, der schon sehr realitätsnah ist. Für kommerzielle Zwecke muss man auch ein richtiges Drohnentraining im Freien absolvieren. Wenn ihr bestanden habt, dann solltet ihr innerhalb von 24 Stunden euer Trainingszertifikat bekommen. Ja, und dann könnt ihr auch schon eure Drohne online registrieren. Die Drohne selbst könnt ihr übrigens bereits im Handel erworben haben, auch ohne die Lizenz zu besitzen. Wenn es um Drohnen geht, dann gibt es zwei wichtige Behörden, die du kennen musst. Einmal die GCAA, die General Civil Aviation Authority mit Sitz in Abu Dhabi. Und die DCAA, die Dubai Civil Aviation Authority, die für Dubai zuständig ist. Grundsätzlich reicht es für Dubai natürlich bei der DCAA zu registrieren. Ich würde aber empfehlen, auch gleich die Drohne noch bei der GCAA zu registrieren. Das geht dort nämlich sehr schnell und damit seid ihr für alle Emirate abgedeckt. Gehen wir jetzt mal durch den Registrierungsprozess. So, wir befinden uns jetzt hier auf der Seite der DCAA, der Dubai Civil Aviation Authority. Und dann müssen wir uns erstmal einloggen. Das machen wir in diesem Fall mit DUAE Pass. So, da sind wir auch schon eingeloggt. So, und wir brauchen jetzt hier Application for Resistration of Drone for Personal and Commercial Use. Jetzt gehen wir nochmal auf Apply. So, und jetzt müssen wir die Daten hier eintragen. Erstmal müsst ihr hier den genauen Drohnen-Brand bzw. Namen eintragen. Das ist in meinem Fall jetzt hier die Hover X1. So, die Seriennummer ist diese hier. So, dann wollen wir hier noch die Flight Controller Seriennummer haben. Der Flight Controller, das ist quasi die Steuereinheit für die Drohne. Das ist hier bei meiner gar nicht vorhanden. Die fliegt nämlich quasi autonom oder übers Handy. Deswegen kopiere ich jetzt einfach mal die gleiche Nummer rein. So, Weight ist in meinem Fall 250 Gramm. Also 0,25. Hier können wir aus einer Million Farben auswählen. Meine ist schwarz. Gut. So, ihr müsst halt hier auch noch die Fotos hinzufügen von der Drohne. Da muss mindestens ein Foto dabei sein, wo die Seriennummer erkennbar ist. Er kann das zwar jetzt hier über AI nicht rauslesen. Ist aber auf jeden Fall im Foto erkennbar. So, jetzt seht ihr hier Copy of Drohne Certificate. Das habe ich nicht extra hochladen müssen, sondern das ist quasi schon im System gespeichert. Hier, wir sind natürlich in Dubai. Das ist alles digital miteinander vernetzt. Also klicken wir jetzt mal hier den Bestätigungsbutton und Submit. So, jetzt haben wir hier nochmal die Seriennummer nochmal abfotografiert, ein bisschen größer. Und siehe da, jetzt hat er das auch erkannt und kann das quasi dann auch instant improve, also dass man quasi sofort hier die dementsprechende Genehmigung bekommt. So, wir haben hier Submit. Confirm. So, und jetzt kann ich hier gleich schon bezahlen. So, und fertig. Und so sieht dann auch euer fertiges Zertifikat aus, was ihr bei Bedarf vorlegen könnt. Was müsst ihr nun beachten, wenn ihr in Dubai mit eurer Drohne fliegen wollt? Zuallererst müsst ihr beachten, dass es derzeit nicht gestattet ist, Drohnen in Dubai und allgemein in den Emiraten fliegen zu lassen. Der Drohneninstruktor, selber Pilot, hat mir aber gesagt, dass damit zu rechnen ist, dass in den kommenden Monaten dieses allgemeine Verbot aufgehoben wird. Wichtig. Haltet euch wirklich an die Vorgaben. Fliegt nicht einfach irgendwo ohne Erlaubnis. Es gibt Leute, die in der Wüste von Dubai ihre Drohnen fliegen haben lassen und dann von Sicherheitskräften überrascht wurden. Die haben nämlich entsprechende technische Mittel, um Drohnen automatisch zu erkennen. Das ist wirklich kein Spaß. Welche Regeln muss man ansonsten beachten? Erstens, ihr dürft nicht überall in Dubai eine Drohne fliegen lassen, sondern nur in den erlaubten Gebieten, mehr dazu gleich. Allgemein gilt, nie so fliegen, dass Menschen oder Tiere gefährdet werden können. Zweitens, man darf nur auf Sicht fliegen und zwar horizontal nur 30 Meter entfernt. Das heißt, es geht nicht, eine FPV-Drohne mit VR-Headset kilometerweit entfernt fliegen zu lassen. Und drittens, die maximale Höhe beträgt auch umgerecht 30 Meter. Höher ist nicht erlaubt. Aber woher wisst ihr jetzt, wo ihr fliegen dürft bzw. wo die Flugverbotszonen sind? Dazu gibt es eine Webseite von der Flugbehörde. Komfortabler geht es aber mit einer behördlichen App, die nennt sich MyDroneHub. Die seht ihr hier. Dort habt ihr die Stadtkarte vor euch und seht, wo man aktuell fliegen darf und wo nicht. In den pinken Bereichen darf unter keinen Umständen geflogen werden. Im roten und beigen Bereich geht es nur, wenn ihr eine vorige Erlaubnis von der DCAA eingeholt habt. Ihr seht, problematisch sind vor allem Bereiche wie der Flughafen DXB und die WC Downtown, aber auch einige Bereiche außerhalb der Stadt, wo sich Militärflughäfen befinden. Wenn ihr euch an diese Regeln haltet, wenn ihr das Training absolviert habt und eure Drohne ordnungsgemäß registriert und dann noch etwas Geduld habt, bis es wieder erlaubt ist, Drohnen in Dubai fliegen zu lassen, dann steht eurem nächsten Abenteuer nichts im Wege. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben oder Anmertungen, dann schreibt sie bitte in die Kommentare. Bitte hinterlasst auch ein Like zu diesem Video und ein Abo, wenn ihr mehr rund um Dubai erfahren wollt. In diesem Sinne, ich wünsche euch gute Drohnenflüge, macht's gut und come to Dubai. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.